Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe einen neuen Kanal und ich werde heute einen Vlog drehen mit meiner Familie. Wir fahren mit dem Rad, wahrscheinlich an der Mur. Und hier werden wir jetzt mit dem Auto hinfahren und dann werden wir mal sehen. So, wir sind jetzt angekommen, wir sind jetzt bei. Einen alten Guthof, ein altes kleine Schloss kann man auch sagen. Und ich zeige euch das mal hier. Hier unser Porsche, unser 5 Millionen Auto. Kamera-Equipment. Und ja, hier überall voll alte Häuser. Hier ganz zerstört alles. Ja, dann sehen wir uns gleich. Ja, wir haben uns hier jetzt noch ein bisschen rum gesehen. Und ja, wir fahren jetzt los. So, wir müssen hier jetzt nochmal warten, weil wir gar nicht mitbekommen haben, dass... meine Eltern und mein kleiner Bruder hier ganz hinten sind. Und jetzt warten ich und Marlon hier noch. Und ja. So, wir müssen sehr oft warten auf meinen kleinen Bruder, weil der kann noch nicht so schnell mit dem Rad fahren. Und ja, jetzt warten wir hier nochmal bei dem Wald im Schatten. Und ja. Okay, mein kleiner Bruder kommt schon. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. So, wir sind da jetzt stehen geblieben. Wir holen uns jetzt ein Eis. Er freut sich schon. Ja. So, wir sind hier jetzt an einem See. Wir sind schon wieder stehen geblieben. Und hier sind wir jetzt an einem See angekommen. Ich zeige euch das jetzt ein bisschen mit Hintergrundmusik. Und ja. jetzt weiss sind da. Now, noch eine Spinndecke. Jetzt mal sind wir ein 대해서 oder ich könnte. Weißt du, was es wäre jetzt wenigstwer. Und wir drehen uns das ganze große Sk purchases. Und du wärst dir基本 tej. Dann hätte ich auf ein Bl Fuków' долларов attack. Dann deployst Fahr call nochmal. Ja, wir sind so schwierig. Wir organisern sich mitmachen. Okay. Jetzt sag doch mal jetzt! turnsteys. So, wir waren jetzt hier bei dem Teich, jetzt fahren wir weiter Richtung Murturm und hier ist der Weg ein bisschen rumpelig, also wird die Aufnahme ein bisschen vermagend sein, aber ja, ich hoffe, das stört euch. So, ich glaube, wir bleiben hier jetzt schon zum zwanzigsten Mal stehen, weil meine kleinen Brüder immer alles so interessant finden, aber es macht ja nichts. Jetzt sind wir jetzt wieder bei einem Teich, kleiner Weg, der Teich, das ist ein bisschen größer. Hallo. Hallo. Wow, das ist ja. Hallo. Mein kleiner Brüder. Hier ist gerade ein Reh entlang gelaufen, direkt hier vor mir. Und ich hatte jetzt fast einen Unfall gebaut, ich wäre jetzt fast in das Reh hineingefahren, aber das ist hier runter gelaufen. Und ja, das habe ich aber nicht erst im Video. Hallo. So, wir sind hier jetzt beim Mooturm angekommen. Ich werde jetzt hinaufgehen und dann werde ich ein bisschen die Aussicht filmen. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt oben angekommen. Meine Mama ist unten geblieben, weil sie Höhenangst hat. Und ich dachte, es sind mehrere Leute, aber so viele Leute sind hier gar nicht. Und ich bleibe jetzt ein bisschen oben und bin jetzt die Aussicht. So, ich bin hier jetzt schon wieder am Rumpf gehen. Er ist eigentlich relativ hoch. Okay, die Kamera spielt gerade vor, wenn ich die Treppen hinunter gehe. Ein bisschen ruhiger. Okay. Sie fuchsiert die ganze Zeit. Ah, jetzt geht's. So, und zwar, ich gehe jetzt hier wieder runter. Ich weiß nicht, wie viele Stufen. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Und hier drüben sieht man nochmal die Mauer. Und ja, wir sehen uns wieder unten. So, ich bin hier jetzt wieder unten. Ich gehe jetzt hier wieder hinunter, schaue mir ein bisschen die Moot an. Und vielleicht gehe ich auch hinunter zur Moot. Ich würde sagen, wir sehen uns später. So, wir sitzen hier jetzt einmal und schauen hier der Mauer ein bisschen zu. Und machen hier jetzt eine kleine Bauche und essen etwas. So, wir fahren jetzt wieder nach Hause oder besser gesagt zum Auto. Hier ist nochmal der Moot an. Und ich werde jetzt aber die Rückfahrt nicht filmen. Vielleicht nur einen kleinen Teil, aber wahrscheinlich nicht. Und dann sehen wir uns wieder beim Auto. Ciao. So, wir sind jetzt hier angekommen. Am Auto. Mein Papa bringt gerade noch die Räder an. Und mein kleiner Bruder will sich jetzt nochmal hier ein bisschen umsehen. Also, gehe ich jetzt mal zu ihm. Okay. Ja, voll. Liberal Brennnesseln, aber egal. Da gehen wir jetzt einfach durch. Die werden schon nicht gebrannt werden. Und sonst ist es gut für die Dürftblutung. Autsch. So, Marlon, da darf ich nicht reinschauen. So. Wir fahren jetzt nach Hause. Dann werde ich da. Zu Hause werde ich dann noch in unsere Kuh springen. Und dann... Was willst du noch zu Hause? Kuh springen? Ja. Dann spring ich mit rein. Dann springst du mit rein. Ja. Und... Wir sehen uns dann wieder zu Hause. Ciao. Ciao. So. Wir sind zu Hause angekommen. Und ich werde jetzt noch ins Pool gehen. das Video ist aber hiermit zu Ende wenn euch das Video gefallen hat dann lasst ein Like und ein Abo da und hier kommt ihr jetzt noch zu einem anderen Video von mir, wenn ihr wissen wollt, warum ich einen neuen Kanal habe und warum ich eine Pause eingelegt habe mit YouTube und hier könnt ihr mich noch abonnieren dann, ciao